Das ist ja ein Wurscht. Von der alten Tramiano. Die 30 Jahre, da war ich oft arbeitslos. Hackenstadt war ja oft. War immer dazwischen arbeitslos. Dazwischen hab ich was gehabt, arbeitslos. Was gehabt, Posten gewechselt. War unbestimmt. Ich war ein Falter. Bis 34 war ich Sozialist. Das war auch kein Beruf. Hat man auch nicht davon leben können. Heute, wo die war, bin ich drüber hinaus. Ich hab eine gewisse Reife, wo sich gegenüber die Dinge abgeklärt haben. Im 34er Jahr, da wissen Sie, wie das war. Nein, nein, das wissen Sie nicht, das sind Sie jetzt jungen. Aber Sie brauchen es ja nicht wissen. Das sind Dinge, wo man nicht daran rühren. Da erinnert man sich nicht gern. Niemand in Österreich. Später bin ich noch demonstrieren gegangen für die Schwarzen. Dann habe ich 5 Schilling gekriegt. Dann bin ich auch mit den Nazis. Dann habe ich auch 5 Schilling gekriegt. Naja, Österreich war immer unpolitisch. Dann bin ich auch mit dem Politischen Menschen. Dann bin ich auch mit der Schillinge. Dann bin ich auch mit dem Politischen Menschen. Dann bin ich auch mit dem Politischen Menschen.